Hallo! Ja, das kennt er noch nicht. Das ist ein Video und es geht los, wir sind in Zehlendorf, haben Christoph abgeholt und jetzt geht es nach Köln, Street Tour 2013. Dein erster Street Tour Gig mit Quarte, bist du schon aufgeregt? Ja. Ja. Ja, hier, an dem siehst du hinten, habe ich meine erste Kölscherfahrung gemacht letztes Jahr. Ich habe es doch ganz schön unterschätzt damals. The ultimate test of skin. Werbevideo. Mhh, ein widerliches Bier, aber der Dost treibt frei. Man unterschätzt es doch leicht. Hast du schon mal Kölsch getrunken, Micha? Ja, und du magst es? Wie lange her? Du meintest gerade drin, dass Köln enttäuschend war. Was denkst du denn? Denkst du, das wird sich auf den Rest der Street Tour erkennen? Ach, Ivo, ich würde eher sagen, dass Köln unser diesmaliges Karlsruhe war. Karlsruhe scheint verlassen. Genau. Es geht gar nichts. Es ist wirklich nicht untertrieben. Es geht nichts. Karlsruhe scheint verlassen. Karlsruhe scheint verlassen. Wie ihr alle wisst, aus Episode... Schieb mich tot. Das müsste man jetzt... Ja, Episode 13. Wir haben jetzt den ersten Tag der 2013er Street Tour. Ich glaube, es ist die dritte Street Tour insgesamt. Absorbiert waren heute in Köln. Was denkst du, wie war denn so dein Eindruck vom heutigen Tage? Die Hinfahrt war sehr rasant. Bin ich gerast oder Joe? Beide. Und Knofi hat so eine geile, habt ihr ja schon im Video gesehen, so eine geile Technik, wie er seinen Kopf einspannt, dass er nicht verrutscht und dass er kein Kissen braucht. Und da war ich ganz schön neidisch. So werde ich morgen auch praktizieren. Ich bin ein bisschen... Hört man, ne? Ja, hört man. Bisschen. Ein bisschen heiser. Es ist wirklich krass. Ich muss echt sagen, ich unterschätze es jedes Mal. Erster Tag ist immer Flo verliert die Stimme und es läuft noch nicht ganz so schön. Ich verliere die Stimme und es läuft noch nicht ganz so schön. Also ehrlich gesagt, es ist relativ bescheiden. Ja, ich hab dir ein bisschen mehr versprochen, als es heute eingehalten hat, oder? Das kommt noch. Was kommt noch? Na ja, bis auf diesen einen Ungustel quasi, war es eigentlich super. Nachdem ich eh quasi die ganze Zeit so sitzen muss. Ich kann nicht in die Augen schauen. Und dann war Köln diesmal so ein bisschen... Ja, die Kölner waren irgendwie nicht gut drauf heute, glaube ich. Ja, in München haben wir genau so lange gespielt wie hier. In Köln haben wir 40 Euro gemacht und in München 430 Euro. ich bin Honig. Scherz. Mit Schwertig, beim Guten.